Herzlich willkommen zu unserer zweiten Praxis-DVD der Serie Die Flachpass-Philosophie, Trainingsformen und Detailcoaching. Diesmal dreht sich alles um den Schnittstellenball. Man kann auch sagen Lochpass, tödlicher Pass, letzter Pass oder der Assist. Der Schnittstellenball kommt jedoch nicht nur in Tornähe und als Pass in den Rücken der Abwehr vor, sondern auch in vielen anderen Spielsituationen. Zum Beispiel der Pass aus der Abwehr ins Mittelfeld vom Innenverteidiger, der Vierer, der Fünfer zum Zehner. Hier ist besonders zu erwähnen Mats Hummelt von Borussia Dortmund, der diesen Pass auch oft spielt. Oder aus dem Mittelfeld zu einem Stürmer, der Sechser zum Neuner, zum Zehner oder zur falschen Neuen. Hier natürlich erwähnenswert Pielo, Iniesta, Xavi, die besonderen Spieler, die diesen Schnittstellenpass auch des Öfteren spielen. Wir konzentrieren uns in dieser DVD aber mehr auf den tödlichen Pass. Wir zeigen nicht nur Drills, ich werde auch zeigen, wie wichtig das Detailcoaching für die Spieler ist. Denn nur so lernen sie, sich taktisch klug zu verhalten und Fehler in Zukunft zu vermeiden. In dieser DVD zum Schnittstellenpass sehen sie Pass- und Kombinationsformen. Damit schaffen wir technisch- taktische Grundlagen. Sie haben aber keinen Bezug zu einer speziellen Position. Sie können also überall auf dem Feld sein. Dann folgen Passkombinationen und Positionstraining. Das sind Flachpass-Drills in Tornähe. Besonders für den Neuner und für den Zehner. Dabei sind Positionen im Spielsystem der Mannschaft wichtig. Die Pässe haben also einen speziellen Raumbezug. Der nächste Block behandelt die Drei-Zonen-Spiele. In diesen Spielformen passen die Spieler unter Raum, Zeit und Gegnerdruck. Damit trainieren wir den Schnittstellenball unter Weckkampfbedingungen. Und zum Schluss der DVD zeigen wir Positionsspiele mit Torschuss. In diesen Spielformen in Tornähe sollen die Spieler zeigen, dass sie wichtige Passtechniken, die Passgenauigkeit und die Passschärfe in den Spielsituationen vor dem Tor beherrschen. Denn unser Ziel ist ja, am Schluss, am Ende immer den Torschuss perfekt vorzubereiten. Was sind die Coaching-Punkte in den Übungs- und Spielformen? Abgestimmtes, planvolles und zeitversetztes Freilaufen. Räume öffnen und Gegenspieler mitziehen. Das Andribbeln einer Schnittstelle. Und die Mitspieler schaffen mehrere Passoptionen. Ich konzentriere mich bei meinem Coaching explizit auf den Pass in die Schnittstelle. Dabei geht es mir um Technik, Taktik und natürlich auch um den Mut, diesen schwierigen Pass zu spielen. Warum? Wir wollen ja in den Rücken der Abwehr kommen und den Torschuss perfekt vorbereiten. Wichtig ist aber auf jeden Fall, die Spieler müssen lernen, die Abseitslinie immer im Blick zu haben und Abseits auf jeden Fall zu vermeiden. Wir beschäftigen uns in dieser DVD mit folgenden individual-taktischen Elementen. Die Spieler sollen Lauffinden richtig einsetzen. Wie? Das zeige ich in dieser DVD. Einige Drills beschäftigen sich besonders mit Bogenlauf in den Raum zum Stallpass. Dabei müssen die Spieler an der Abseitslinie ein gutes Timing für den Lauf in die Schnittstelle haben. Auf jeden Fall brauchen die Spieler eine gute Wahrnehmung, damit sie Lücken erkennen und nutzen können. Wichtig ist, dass die Spieler als gesamtes Team funktionieren. Deshalb konzentriere ich mich bei meinem Coaching auch auf folgende gruppentaktische Elemente. Spiel über den Dritten, Doppelpass, klatschen lassen, Räume öffnen und gegenläufiges Anbieten, viele Passmöglichkeiten schaffen. Deshalb sehe ich auch immer einen Blick auf die Spieler ohne Ball. Das Hauptziel ist am Ende immer, wir wollen in den Rücken der Abwehr kommen und den Torschuss perfekt vorbereiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Drill, dem One-Touch-Sechseck.